Ha! Zum ersten Mal eine 655g Markierung erspäht. Ohne erwarteterweise ein bisschen Sonne auf der Schnee-Rosenwarte an der Aussicht. Meiselhöhe 0406 6550, dort wollen wir hin. Ja, so kann es auch gehen. Das war am schönsten. Mit der Überquerung der Treisen sind das jetzt die letzten Meter. Hallo und Grüße aus Schrambach. Ich bin Flatterberg und heute geht es auf die 8. Etappe vom Treisentaler Rundbahnweg. Und da nehme ich euch einfach mit, weil da ist nämlich unwirklich. Wir haben dieses Ausgangspunkt gewählt und in einer anderen Reihenfolge als üblich, nämlich am zweiten Tag die letzte Etappe zu machen, weil die Wetterprognose ist ungünstig. Ja, das was der Wanderführer als der neue Betonsteg ankündigt. Das ist jetzt inzwischen, glaube ich, 1983 erschienen, das Fücheln. Das ist jetzt inzwischen ein alter Betonsteg. Aber er funktioniert zum Glück noch. Ja, Hinweise auf den 655er suchen wir vergeblich. Schraumbacher Bergweg zum Hunsgruben. Der Parkierung ist technisch. Gibt es wieder keine Blöße. Genau. Lauf zum Hunsgruben. ja immer noch kein 6,55er Schild, sondern lauter 63er Schilder noch nicht ganz 250 km wird der Weg da jetzt deutlich steuer als eine Kehre zum ersten mal eine 6,55er Markierung erspäht London Mühe Hütte Hubertus und da drüben ein Wieserl wo man Rehe niederbügeln kann so jetzt geht der Berg die Puste aus bevor uns die Puste ausgeht weil da auf der Anhöhe sind wir schon ziemlich auf dem Schrambacher Berg 63 das ist sehr motiviert markiert 6,55 ist weniger motiviert markiert aber wir gehen den einzigen hier markierten Weg also Türchen mitten im Wald sehr spannend was das Türchen wo ist da fehlt irgendwie der zugehörige Zaun bei dem Türchen ja wenn ich euch nach einem kurzen Pfadsegment da wieder eine Abzweigung von diesen alten Maschinenweg und darf da weiter dem Kampf folgend in Richtung Kunstgrube das ist eigentlich total hübsch da stehen ganz alte zum Teil wirklich knorrige Buchen also kann ich immer zu neu her aber da verdienen sie es die Buchen wirklich rutschig gemeinerweise und zwar wirklich rutschig also schön anhalten da zum Hunsgruber und nach Lilienfeld rüber die Schneerosenwarte zum Pechkogel Höhenkreuz 655 schau ein brandneues Schild und damit gibt es noch eine Möglichkeit zum Hunsgruber abzusteigen das ersparen uns wir aber heute der offizielle Weckerlauf des 655ers wäre laut Führer immer den Hunsgruber dem Wetter aber mit wenig Lust und es ist auch keine Kontrollstelle Meister der Forststraße jetzt bis zum Kamm gefolgt und da habe ich jetzt enger von Steiler im letzten Anstieg zur Schneerosenwarte Sturm sicher verankert die Schneerosenwarte Seehöhe 1811 reinerviert 2018 mit einem Blick hin und danach Lilienfeld zum Stift Schau ist schön gell? Meinerweise ist es da über das Heutchen Ja Aha Ja Es gibt uns da Regen ab Ja, wenn wir das so Regen können oder vielleicht auch einen Tee ich mag es einen Tee Ja Rein? Gut Gut Das wird jetzt von deinem Hintergrund gesessen Ja Ja Wie sieht das? Ja Echt? Boah So Und jetzt Schnell Ohne erwarteterweise ein bisschen Sonne auf der Schneerosenwarte an der Aussicht durch den Nebel beziehungsweise Ein bisschen Landdunst Ja, hätte ich das gedacht Ja, spannend Ich hoffe, dass die Sonne nicht ein Vorbote von irgendwelchen kommenden Gewittern sein wird Hast du keinen Stift drinnen gefunden? Ja Echt nicht? Ja Das ist so gemein So Das ist ein lauter Stift Das ist ein lauter Stift Na bitte Also jede Menge Stift Da unten hast du auch einen Stift Ja Das ist der Das ist der Lorenzi Pechkugel wenn es wahr ist Ist er? Ja Genau Jede Menge Wegweiser 650 zum Beispiel Da gibt es gleich einen Abstieg Aber den dürfen wir nicht nehmen Da steht nämlich Rundwanderweg Da geht es zum Rundwanderweg Der Pechkugelweg über Schneerosenwarte zum Hunsgrobe nach Levenfeld und Schrambach Da kommen wir aber her Und deswegen wollen wir dorthin Pechkugelweg über Hohenkreuz zum Taucher und der Darschberg Und den Darschberg brauchen wir aber dann nicht mehr mehr so viel ich weiß und dann kommt auf auf der Darschberg ... So, der gut ausgestattete Gipfel des Lorenzenbechkogels ist erreicht, mit einer Zusatzrastbank und einer Extra-Rastbank und jeder Menge Wegweisern. Da hat man auch wieder ein bisschen Aussicht in Richtung Rillienfeld und dem Stift erkennbar und im Dunst. Und da drüben den Markanten Staff. Aus Sicht auf den Kamm ist Blitzschlag auch ein Thema. Ja, Eisregen. Ende Mai auf nicht ganz 800 Meter. Ich glaube, wir werden unseren Regenrock auch auspacken. Servus. Im starken Regen. Eschenauer auf 622 und 655. Da am Zeitlhochseiter hinunter. Das ist vermutlich durch den Regen ein bisschen beeinträchtigte Linsen, aber da diese Rutschspuren. Es ist da ganz schön glitschig. Am besten, man nimmt doch das Laub. Weil auf dem Erdboden, da hat man also gar keinen Halt. Ja. So. Da geht's weiter, aber zuglicken immer mehr so steil. Es ist im winteren Graben deutlich angenehmer als oben am windigen Kamm. Mit Eisregen. Leider immer noch ziemlich rutschig. Man hat's eh gerade wieder gemerkt. Ein reißender Strom ist zu queren. Ist auch wieder ein Flussbett. Vor Straßenlogik gebietet, dass man da wohl in den Graben runtergehen wird. Ja, richtig getippt. Cool. Schau, wie fleißig da das Windrad in Betrieb ist. Bei uns im Baum gibt es hier eine Menge Eicherchenaktivitäten. Ich glaube, das sind die fettersten Eicherchen, die ich jemals gesehen habe. Also der Grund, warum diese Eicherchen so fett sind, ich glaube, die haben da dieses Vogelhals ausgeräumt. Ja. Na, wettermäßig hätten wir uns das aber schöner gefallgestellt, oder? Also, Kaiserkogel-Erlenwiesenweg. Das ist aber abgesperrt, gell? Nein, es wird Gründe haben, oder? Ja, hinter mir seht ihr den ehemaligen Gasthof Lee. Das war einmal eine Schrempelstelle. Das heißt, dass es noch Schrempel in Eschenau gibt? Keinen mehr. Was es in Eschenau schon noch gibt, ist da drüben ein Spar. Das heißt, man kann sich zumindest versorgen. Das ist ja schon mal was. Sonnleiten-Tennisanlage. Und da, schau, 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 schau. Da ist er. Der Wegweiser. Kaiserkogel 723 über Sonnleitgraben. Schauen wir mal. Diesmal haben wir uns nicht täuschen lassen sollen. Haben den Originalwegverlauf gefunden. Darüber muss den Tag rund kommen wir her. Da war jetzt Sonne. Da ist dann Kaiserkogel. Da so halb rechts hinein. Dreisentaler Rundwanderweg. Waldmarkweg, bitte. Alles täuscht sich nur da um die Kaiserkogelhütte. Da haben wir jetzt auf diesem Wiesenhang hier aufgemüssen. Und jetzt bedroht uns von zwei Seiten Donner. Der eine, der schon ein bisschen östlich von uns ist, wird uns vermutlich verschoben. Beim anderen sieht man nicht recht viel, wo das herkommt. Aber hören tut man auch ein bisschen mehr in der Ferne. Was ist das denn? Ich bin nicht das. Ich bin nicht mehr in der Ferne. Ich bin nicht mehr in der Ferne. Ich bin nicht mehr in der Ferne. Damit ist eine schöne Aussicht eigentlich. Wir werden natürlich noch schöner auf die ziehenden Regenschau heruntergehen. Auf diesem Fahrweg kann es nicht einmal allzu weit zum Kaiserkogel sein. Mal schauen, ob die heute offen hat. Ob das wochentag bedingt oder coronabedingt scheitert. Kontrollstelle 6250 Billalchtaler Rundwanderweg und nicht nur das. Da befindet sich tatsächlich so Stempel drinnen. Und den Stempel dürfen wir für den 655 auch nutzen. Ähnlich wieder einmal eine Stempelstelle die funktioniert. Kontrollstelle 2 von Billalchtaler. Ist uns aber egal. Kaiserkogel wäre auch schön hinten. Wenn nicht geschlossen wäre. Heute einen schönen Blick hinunter nach Echernau. Ich weiß nicht, es dagegen zu sagen. Da hinten in Richtung Muppen. Ein phänomenales Panorama. Man sieht eh alles. Blüterweise. Sieht man da auch das. Und das ist das nahe in die nächste Gewitter. Das schaut da nicht sehr günstig aus. Da drüben, das ist ja ganz mies. Miesenkobi ist das. Da drüben, das ist ja ganz mies. Und das ist ja ganz mies. Und das ist ja ganz mies. Und das ist ja ganz mies. Ja, wir haben die Kaiserkogelhütze bzw. den Unterstand bei der Kaiserkogelhütze nach dem sehr geschlossenen genutzt, um da jetzt das ärgste Wetter auszuwerten. Das war jetzt sehr eindrucksvoll, als man durchschauerst will, dass wir viel lieber irgendwie von drinnen bei einem warmen Tee genossen haben, so haben wir uns den Teeleiter wieder einmal selber prüfen müssen, schauen wir wirklich alles an, was wir so mitgebracht haben, damit man da jetzt den Regen nicht ausfriert. So, so schaut die Welt gleich wieder anders aus, auf einmal mit Aussicht und blauen Himmel, wir kommen nämlich da hinunter auf die Meiselhöhe, 04, 06, 65 und 50, dann kommen wir erstmal hinunter, auf dem Hof vorbei da schon, so, da haben wir jetzt eine neugierige Kuhherde hinter uns gelassen, durch ziemlich gatschiges Gelände, und aufpassen, dass es nicht rutscht, wir gibt da die Stöcke dann. Die Meiselhöhe, 521 Meter Kriegergedächtnisstätte, mit jeder Menge Wegweisern unter diesen schönen Baum da. 6,55 Meter. Unserer, na schau. Wir wollen den Wilhelmsburg-Greisbach da rauf, so wie ich gesagt habe, von oben. Das ist schon einmal was Nettes. Das ist ein persönlicher Ausgang mit ganz kräftigen Wetter da oben am Kreisenpogel. 6,52 Meter, nein, bitte. Nehmen wir. Ist das ein Züpfchen da? Ja, den Schauer da drüben darf man noch gerne vermeiden, aber mit etwas Glück zieht er in Richtung der Wolken, also da an uns westlich vorbei. Jetzt kann man sich da gar nicht vorstellen, wo da denn bitte Wilhelmsburg-Greisbach sein wird, weil ich da vorne diese eine Höhe, da noch im Weg ist, und zwar wirklich nur diese. Wilhelmsburg-Greisbach nach rechts in diesen Feldweg da hinein. Nach dem Mugel da oben ist die Stockerhütte. 17,16 und eine verblaste rot-weiß-rote Markierung. Es ist alles, was bei diesem Gehörsbrauch hindeutet, dass wir da in den Wald hinein müssen. Aber jetzt kommt dann bald ein Moment der Überraschung, denn wir werden in wenige hundert Meter den Punkt erreichen, wo wir zum ersten Mal das Ziel unseres heutigen Tages sehen, nämlich Wilhelmsburg. Wiese ist die Überraschung. Hinunter über die Wiese. Das wäre eine schönere Überraschung erhofft als die Wiese. Aha, ich verstehe. Wenn du am Bahnhof stehst. Na ja, das wäre aber ein Bergbahnhof dann, oder? Wenn du auf der Wiese schon am Bahnhof stehst. Was du da vor dir siehst, im Tal unten, ist Wilhelmsburg. Und zwar ist das da hinten schon der Ortskern, da müssen wir gar nicht mehr hin. Ja, so kann es am Geh, das ist am schönsten. Ja, wir kommen vom Heiser Kugel. Und demzufolge dürfen wir jetzt auf Asphalt hinunter nach Wilhelmsburg. Die Überquerung der Treisen sind das jetzt die letzten Meter, damit sich der Kreis schließt. Weil, da vorne sind wir die Treisen am ersten Tag entlang spaziert. Das heißt, das war es jetzt schon, der achten Etappe. Von Schraumbach nach Kreisbach. Ich bin froh dabei, und weiter geht es diesmal auf keine Etappe mehr. Aber vielleicht sieht man sie ja trotzdem einmal auf einer anderen Tür. Zum Hunsgruber, der dürfte recht leidselig sein, der Hunsgruber. Der ist recht interessiert, dass die Leute zu ihm kommen. Oder ist er vorhin zum Außenschießen? Ah ja. Weil das Wild mag Gras, und der Jäger mag Wild. Das Wetter ist super, stell dir vor, wie schlecht das Wetter sein kann. Eiskörner hüpfen lustig davon. Das ist aber gut, weil alle das, was nämlich hüpft, das ist nicht noch was. Der Jäger schießt mir nicht in den Papa. Die werden natürlich noch schöner, wenn man die Zieh und den Regenschauer herunterkommt. Beton! Das ist etwas Neues. Was will ich Auto bauen? Deswegen schaue ich da ganz kurz noch auf diese Wegweiser. Ich bin ja eh nicht. Neugierig, ich will sie ja nur wissen. 655. Schau, ein brandneues Schild. Das ist ja... Bing! Macht's da. Ganz eine kurze Rundschau, aber wenn die Mama da schon in den Stadtlöchern schaut. Es macht!